Hallo, meine Freunde. Hört man uns eigentlich beide? Wäre nett, wenn ihr das mal schreiben würdet. Mehr kann ja auch reden. Hallo. Ja, ansonsten musst du den Pegel halt höher stellen. Wir machen das, wenn ich freiwillig. Hättet. Nein. Wir machen das alles andere als freiwillig. Wir machen das alles andere als freiwillig. Warum tun wir das? Warum habe ich mir Wunterswitch gekauft, Werde? Weil du es kannst. Ich hab doch nicht vergessen, oder? So, Handgelenkschlaufe ist dran, das ist das Wichtigste. Ist deine auch dran, Werde? Ja. Schlagst du ihm ins Gesicht, genau. Das war ein Scherz. Hör auf, irgendwas zu machen. Merle! Wenn ihr bereit seid, nehmt jeder einen Joy-Con. Okay, bereit? Hast du die Vibration gestürzt? Nein. Nein, die... Was? Wenn du bereit bist, schüttle deinen Joy-Con. Oh Gott. Wie behindert ist das? Das ist so ein Scheiß, Alter. Doch. Das ist so ein Scheiß, Alter. Revolver-Helden. Brust. Hä? Was tut daneben? Anschluss an den Ball. Okay, man drückt also, ja? Wie müssen sie... Wie viel Geld haben die bekommen, dass sie so eine Scheiße aufnehmen? Jetzt war ernsthaft. Man kann die nur vertikal spiegeln, ist das euer... Also wir können euch die Facecam so anbieten. Ich bin Genji-Main, Mann. Das ist so ein Scheiß, Alter. Ich hab's wirklich Angst, die da jetzt in die Fressen zu schlagen. Egal. Egal. Gerade noch in der Schlägerei gegen die Kleine. Versteckt eure Sachen vor mir, Freunde. Ich bin Profi-Knacker. Ich klau alles. Was ist das für eine Stimme? Fertig? Profi-Melker. Zehn Eimer, Mann. Tim ist es gewohnt zu melken, ja, Mann. Bei dem Spiel darf nicht abgespritzt werden. Pass das auf. Fink nicht. Achso, ich sammle immer mein ganzes Gesicht. Ja, gewiss. Weißt du, bis wohin ich mich versieren muss? Bis hier oben? Warum hab ich hier unten Haare? Was ist das? Haltet genügend Abstand, sodass sich eure Zauberstäbe nicht kreuzen. Sodass sich unsere Zauberstäbe... Unsere Zauberstäbe dürfen sich nicht kreuzen. aufzuladen. Lasst das Team-Duell beginnen. Was? 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 Das waren keine fünf. Schade. Das war eine schlechte Runde, das hab ich gespürt. Das... Ihr wolltet euch verarschen, oder? Gar nicht, Mann. Was? Ich... Was? 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 Wo? Wo waren das denn? Schiebung. Und wenn jetzt wieder Melken kommt? Wenn die... Ach so, ich hab gewonnen. Ja. Jetzt kommt der Totenkopf. Ja. Halt's ab! Ich warte nur auf den Totenkopf. Bitte. Nein! Halt's ab! Schiebung. Bitte der Totenkopf. Was macht ihr überhaupt? Weiß ich nicht. Alter! Oh, der ist schwarz, ne? Das ist nicht fair. Einmal hast du einfach nicht gecheckt. Du hast am Anfang ja nicht gecheckt, dass du direkt hintereinander machen musst. Ja. Und ich hab darauf auch nicht reagiert, aber es hat trotzdem gezählt. Okay. Das ist halt mega seltsam. Aber gut. Ach so! Ach so! Das ist so süß auf jemandem. Ach, du kriegst noch ne 6 dazu. Ach so! Ach so! Das ist jetzt so! Fahr ein! Unschlinkes Team! Krieg ich wieder ne 6? wo ist denn ein Knopf um das Rad zu drehen? Das ist doch nicht wahr! Entschuldigungsspiel! Punktabzug! Hallo? Das ist richtig gammelig, das Game! Also das Game ist echt scheiße! Äh, Alter! Guck mal, die Spiele, die gewonnen wurden! Gewonnen! 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 Das ist mit dem Dance-Move, das habe ich nicht gecheckt, dass man direkt hintereinander so oft machen muss. Das Gorilla-Spiel war richtig kacke! Ja! 3 zu 8! Ah, das hast du gut gemacht werden! Ja, ich weiß! Oh mein Gott! Das ist real, der Blackwatch-Genji-Skin! Das ist doch richtig scheiße! Ja! Ja! 3, 2, 1, los! Lass sehen! Nein! Halt's auf! Lass sehen! Die können das überhaupt nicht sehen! Das ist nicht legit! Ach du Scheiße! Da hast du Erfahrungen drin als Mutter! Nein! Halt deine Fressen! Halt deine Fressen! Tim ist ein Supervater! Ja! Ja, Merle gehört auch geschlagen, okay, warte. Oh Gott, nein, warum will ich das nicht machen? Nein. Ich mach das nicht. Was ist das für ein Scheiß? Ich mach das nicht. Ich will es nicht machen. Wer ist unten? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Was will ich das unten? Ach du Kacke, bitte sag mir. Nein. 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 Tschüss. Also Tim ist jetzt aus dem Fenster gesprungen und hat sich umgebracht. Ja, ich weiß, dass er mehr Model wie ich bin. Als ich. Ist egal. Oh. Oh. Meryl. Danke. Mein Arm. Woo. Das geht richtig auf den Arm. Nein! Alter! Du bist ein wahrer Jonglierkünstler! Alter! Was war das? Du hast die 5. Zeit. Oh! Und schluck! Fertig! Feuer! Lol, das kam jetzt unerwartet. Ich war nicht drauf vorbereitet, dass du direkt am Anfang Feuer sagt, der Piss ist. Das geht auch nicht. Nein! Wo wollte ich denn schliess? Ich schliess voll in deine Eier ab. Fuck, Alter. 69. Es ist ein sehr lustiges Spiel. Ja. Nein! Nein, doch nicht. Es ist ein sehr lustiges Spiel für mich für Especiallyn. Mit mir. Mit mir. Mit mir ist kein Urlaub. Wieren. Das gehört.